Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach, wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immer... Da. Setz dich doch. Ich habe uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was soll denn das werden? Nix. Ich dachte, es war doch schön und vielleicht... Willst du mich wieder flachlegen? Möchtest du was trinken? Wenn du meinst, ich ficke mit dir, nur weil du was für mich getan hast, vergiss es. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich will dein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Tom muss es machen. Spinnst du? Eure Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Ich bin. 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 Ich bin.